Nein! Oh! Oh! Weil hier hinten spawnt auch wer. Bin sicher direkt hier rüber. Ich ping mal. Nee, angeblich hier drüben, links von uns. Da könnte es sein, dass die da noch hinten irgendwo sind. Ich bring mal einen Jam auf. Mach mal auf den Bums. Bums, Bums. Safe ist geknackt. Nein! Hatten wir Bugle? In dem Fall ja. Und das hört sich mir eher nach Attrape an. Oh, das vielleicht nicht. Was ist hier hinten? Äh, dort wo ich gepinkt habe. Oder hier irgendwo glaube ich. Oh. 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 ich hoffe nicht mal was du brauchst okay die sind hier rechts ich will schnell holen bist du schon ich bring nochmal sind gegenüber von dir ich glaube das ist schon wieder von quatsch dass ich sie und wir können ich bin an meinem glück gehe ich doch eingerichtet kann ich sehen hinten bei der hütte hier ist einer zumindest reingelaufen könnte nach rechts gelaufen sein kann ich sehen hier hinter ich glaube da muss noch eine eine irgendwo sein ganz hinten im westen ein ping habe ich noch ne warte ich lass geh mal rushen hier ist ein schön da ist ein jammer hier wo ich bin ich hätte jetzt keinen gesehen mehr war wahrscheinlich der eine regencode im bush achtung hier bei 255 ungefähr ne der hat mich durch den zaun erschossen ungefähr bei westen 255 am boden keine ahnung genau genau bei dem einen baum geht nach links ist jetzt bei dem gebüsch ist auf genau westen der 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 ist jetzt links beim beim camper hinterm grünen hinterm grünen könnten aber zwei sein aufpas hinter mir kannst du meine sachen nehmen auf jeden Fall da können die jetzt durch die zäune auch schießen oder was die können doch alles schießen anscheinend ich frage mich wie der mich gesehen hat kommt jetzt rechte seite der will mich looten glaube ich dahinter ist noch einer sind zu zweit der läuft jetzt beim grünen wagen kommt jetzt auch beim grünen wagen warte noch ein bisschen ich habe gerade den jammer aufgestellt hm war genau hinterm ja hier mal grünen ja sind sicher rechts 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 kommt meiner wo zum teufel ist denn der im busch gleich links meinst du ich sehe den ist doch passen hinter dir war auch also ja ich höre den aber ich sehe den nicht es gibt es doch nicht er bewegt sich ich kann dir nicht sagen wo ich kann dir nicht sagen wo da ist im busch im im vor dem roten haus vor dem roten haus genau jetzt vor dem fenster da raus rechts von dir kommt jetzt einer hinter dir ist jetzt einer ich weiß nicht ob der hier draußen gleich ist oder ne einer ist rechts das muss vor dir irgendwas sein ja wird er rechts vom zaun oder um die ecke ist jetzt im haus in der tür hier da kommt irgendwo ein anderer der der geht der versucht dich zum laufen schau beim zaun rüber einer ist rechts oh einer ist rechts vom zaun muss hinter den rollen die irgendwo sein rechts 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 sauber kommt ihr links kommt links nein nein oh rechts rechts ist noch einer der schießt der ist von rechts Achtung hinter dem zaun ist ein gelber ein grüner genau gerade von aus SW siehst du der läuft nach links 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 schaut nach links noch einer da kommt noch einer links kommt noch einer sauber das war geil die 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 haben sicher mehr ist denn die die straße nach schnell weg die waffe weg die waffe und lauf kriege sich eine auf den deckel weil ich so laut gelacht habe das war jetzt das war geil da musst du jetzt aber auch sagen da ist die adr halt geil weil du kohle runde kohle runde